Servus Leute, liebe Grüße aus Wien. Mein Name ist Martin Sellner und ihr seht die PIA News Kolumne, die Zahl der Woche. Die Zahl dieser Woche lautet 24. 24% der Unternehmer in Österreich sagen, dass sie nur mehr finanzielle Reserven für wenige Wochen haben. 8% sagen gar, dass sie nur mehr Reserven für wenige Tage haben und dann vor dem Bankrott stehen. Das ist ein Drittel der Unternehmer in Österreich. Ganz besonders stark betroffen von der Corona-Krise. Nein, von den Maßnahmen unserer Regierung im Zuge der Krise sind kleine und mittelständische Betriebe, insbesondere im Bereich der Gastronomie und der Touristik. In Deutschland ist die Lage nicht besser. Man rechnet damit, dass wenn die Krise so weitergeht, 2,4 Millionen in die Kurzarbeit abgleiten werden und die Arbeitslosigkeit auf 5,9% steigen wird. Auch dort stehen viele mittelständische Betriebe vor dem behördlich Erzwungenen aus. Dabei kommt der Regierung in Österreich zu Pass, dass sie kurz vor dem Höhepunkt der Krise das Epidemiegesetz geändert hat. Und jetzt diese ganzen Betriebe zu Bittstellern macht, die in einem Paragrafen-Dschungel einer unfassbar komplexen, überbordenden Bürokratie um Förderungen anfordern, ja betteln müssen. Das schaffen die wenigsten, auch weil sie bereits mit der Aufrechterhaltung ihres Betriebs vollauf beschäftigt sind. Wer das geschafft hat, zeitweise war Ahmad Abdul-Bahra, der 18.000 Euro aus den Corona-Töpfen herausgegriffen hat. Die wahre Krise wird erst nach der Krise kommen. Ich möchte euch vor Augen führen, was in diesen letzten Wochen passiert ist. Was ist passiert? Die Kinos konnten nicht aufsperren und keine Kinofilme senden. Aber die Streaming-Plattformen, die Internet-Plattformen YouTube und die ganzen Videoseiten Netflix, Amazon Prime und Co. sind explodiert. Die Elektronikgeschäfte, die Fachhändler konnten nicht mehr aufsperren, aber Amazon ist explodiert und hat unglaublich viele Leute eingestellt. Und ich glaube, wenn ich jetzt fragen würde, wer von euch hat in den letzten Wochen auf Amazon bestellt, würden die meisten die Hand heben müssen. Ist ja auch klar, man braucht ja nach wie vor Dinge und man bekommt sie nur mehr auf Amazon. Es gab kleine Modepoutiquen am Land, in den Städten, die bereits die Frühlingsmode gekauft und bezahlt haben. Sie jetzt aber nicht mehr verkaufen können und sie auch nie verkaufen werden, denn wenn sie wieder aufsperren dürfen, ist das Ganze nicht mehr in Mode. Und die Leute haben diese Dinge bereits woanders gekauft. Wo haben sie sie gekauft? Bei Online-Versandhäusern. Was hier passiert ist, meine Freunde, ist eine riesige Vermögensverschiebung, eine Verschiebung von ganzen Kundenstämmen, von kleinen, mittelständischen, regional verwurzelten Betrieben, die es irgendwie geschafft haben, sich gegen die große Konkurrenz, die Konzerne über Wasser zu halten, hin zu genau diesen gigantischen Konzernen. Denn die Nachfrage der Leute blieb ja bestehen nach Gütern, nach Dingen, nach Lebensmitteln. Nur all die Kleinen mussten zusperren und die großen und insbesondere die Versandhäuser durften aufbleiben. Das Ganze war ein staatlich legitimiertes Amazon-Hilfsprogramm und ich kann euch sagen, viele der Kundenstämme, die übergewandert sind, viele der Leute, die ins Digitale gewechselt sind, werden nicht mehr zurückkommen. Sehr viele Betriebe und ich kenne viele, viele betroffene Unternehmer werden nicht mehr aufsperren. Und damit bricht ein Mittelstand, der Mittelstand weg, der die Säule des Staates und der Gesellschaft ist und war und ein Großteil der Steuerlast produziert hat. Der Staat, der jetzt mit Hilfsprogrammen, Hilfsprojekten und anderem kurzzeitig zumindest die Honigzucht von Achmut, Achdul, Abu, Ibn Ibrahim, Abu Barah, ich hoffe, ich habe seinen Namen richtig ausgesprochen, den salafistischen Prediger in Berlin gerettet hat, der braucht extrem viel Geld, dieser Staat. Woher wieder sich das Geld holen? Über neue Steuern, über neue weitere Abgaben und wen wird das treffen? Wieder ganz genau diesen Mittelstand. Wieder nicht die großen Konzerne, auch wenn die Sozialisten behaupten, es wird Milliardäre und Millionäre treffen und Amazon und Co. glaubt Ihnen kein Wort, denn die Millionäre und Milliardäre, Amazon und Co. haben riesige Rechtsanwaltsteams, die haben Vermögensmanagement-Teams, Hedgefondsmanager, die den ganzen Tag nichts anderes tun, als genau solche Gesetze zu antizipieren, vorwegzunehmen, das Vermögen in Sicherheit zu bringen und zu guter Letzt großen Ketten wie McDonalds, Supermarktketten, bleibt immer noch die Erpressung, dass sie einem Staat sagen, wenn sich die gesetzliche Lage ändert, dann ziehen wir unsere Unternehmen einfach ab und damit werden die Staaten erpresst und damit bleiben diese großen internationalen, vernetzten Großkonzerne letztlich außen vor, wenn es um die Steuerbelastung geht. Die kleinen Unternehmen, Familienunternehmen, 20, 30 Angestellte, die haben vielleicht irgendeinen Buchhalter am Land, mit einer Buchhaltungskanzlei, die laufen ins offene Messer ganz genau dieser Maßnahmen und die werden wieder geschröpft werden. Aber ich sage jetzt eines glasklar an Sebastian Kurz, Frau Merkel und all diese Politiker, ewig wird das nicht gehen. Den ganzen Spaß, den ihr da inszeniert, diese ganze multikulturelle Gesellschaft, das ganze Sozialexperiment, das nur und nur auf Umverteilung aufgebaut ist und auf das Durchfüttern genau dieser importierten Menschenmassen, das wird nicht mehr lange weitergehen, wenn ihr die wahren Träger dieser Gesellschaft, nämlich den Mittelstand, die kleinen und mittleren Betriebe, weiter zerstört und weiter in die Mangel nehmt. Wenn in ein paar Wochen, wenn die Corona-Krise wahrscheinlich langsam ins Vergessen rückt, die vielen Betriebe nicht mehr aufsperren werden, eine Pleitewelle über das Land geht, die Arbeitslosenzahlen hochschnellen, dann müssen wir unbedingt uns daran erinnern, dass das ein Ergebnis der Entscheidung der Politik war. Man hätte es nämlich auch anders machen können. Man hätte auch diese Krise und die Maßnahmen ganz anders anwenden können. Man hätte zum Beispiel gezielt kleinen Geschäften und kleinen Betrieben Kreislern erlauben können, aufzusperren, kleinen Märkten und die großen Geschäfte schließen können. Man hätte in Ortschaften mit Einwohnern von nicht mehr als 2.000, 3.000 Leuten den Dorfwirten die Erlaubnis geben können, aufzusperren. Man hätte die Krise so gestalten können, dass die großen Konzerne, die großen gigantischen Supermarktketten darunter leiden und nicht die kleinen. Nein, das hat man nicht getan. Man hat sich auf die Seite der Mächtigen geschlagen. Man hat die ohnehin schon Strauchelnden in den Abgrund getreten. Und ich hoffe, dass ganz genau diese Gruppe, die jetzt massenhaft ihr Einkommen verlieren wird, pleite gehen wird, ihre Häuser verkaufen wird, die in einer riesigen Vermögensverschiebung enteignet werden, insbesondere wenn es jetzt weiter in Richtung einer Währungsentwertung und Entwertung von Sparvermögen geht, sich daran erinnern wird, wer dafür verantwortlich ist und dementsprechend wählen und vor allem auch handeln wird. Untertitelung des ZDF, 2020